In diesem Video stellen wir Ihnen die Befehle Ausrichten, Verteilen und Anpassen für Etiketten bei Archicad 19 vor. Ein Etikettelement bei Archicad 19 besteht aus einem Unterelement, einem Textblock und einem optionalen Zeiger. Ein platziertes Etikett kann auf zwei Arten ausgewählt werden. Wenn Sie auf einen beliebigen Teil des Zeigers klicken, wird das komplette Etikett ausgewählt, was Sie an den Auswahlpunkten erkennen. Wenn Sie jedoch auf den Textblock Teil des Etiketts klicken, wird nur der Textblock Teil des Etiketts ausgewählt. Wenn nur der Textblock Teil eines Etiketts ausgewählt wird, stehen die Befehle Ausrichten, Verteilen und Anpassen nur beim Textblock Teil zur Verfügung. Wenn Sie die Textblöcke mehrerer Etiketten auswählen und den Befehl Ausrichten verwenden, werden nur die Textblock Teile von Etiketten bewegt und die Zeiger Verbindungslinien von Etiketten werden entsprechend verkürzt oder verlängert. Mit diesem Befehl können wir zum Beispiel alle ausgewählten Etikettentextblöcke an derselben vertikalen Linie ausrichten. Auf ähnliche Weise werden, wenn Sie die Textblöcke mehrerer Etiketten auswählen und den Befehl Verteilen verwenden, nur die Textblock Teile von Etiketten neu positioniert und gleichmäßig verteilt. Die Position von mittigen Textblöcken kann sich zusammen mit Ihren Zeiger Verbindungslinien verschieben. Dadurch verlängern oder verkürzen sich auch die Zeiger Anfangslinien im Verlauf Ihrer Anpassung. Wenn Sie den Befehl Anpassen bei den Textblöcken der ausgewählten Etiketten verwenden, werden die Textblöcke an die von Ihnen angeklickte Elementkante oder die von Ihnen gezeichnete Linie angepasst. Sie werden so angepasst, dass Ihre Zeiger Verbindungsknotenpunkte auf die festgelegte Kante oder Linie fallen. Mit diesen neuen Befehlen beim Textblock Teil von Etiketten ermöglicht Archicad die Erstellung einer ansprechenden und übersichtlichen Projektdokumentation.